Die Nummer 1 ist ein Durchmarsch bei O2 auf der Feldflugplatz-Map, wie ich einmal komplett den gesamten Turm aufräume. Die Nummer 2 geht an die M18 Hellkette und dass man auch mit einer Kette durchaus eine Gefahr sein kann. Die Nummer 3 geht an einen Gewehrkill, der eigentlich nicht so geplant war. Die Nummer 4 geht an den schnellsten Revolverschuss des Monats. Die Nummer 5 geht an den Stavorus-Kill mit dem neuen russischen Granatwerfer. Die Nummer 6 geht an den besten Headshot des Monats. Kleiner Drecksack. Auf der 7, der schnellste Viererkill des Monats. Und die 8 geht an die beste Aktion auf D3 auf der Stadt-Map, wo ich nochmal alle über den Haufen ballere. Das waren die besten 8 Aktionen des Monats. Mal sehen, welche Nummer euch am besten gefallen hat. Musik 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 Musik